Auszug aus meinem Buch Kundengewinnung leicht gemacht Okay. Der Titel ist provokant formuliert. Als ob Kundengewinnung heute noch wirklich leicht sei. Oder ist sie es doch? Nun, ich denke mit den richtigen Strategien kann es leicht sein. Ich zeige Ihnen hier ein einfaches Marketing-System, das Ihnen sicher hilft, neue Interessenten und Kunden über das Internet zu gewinnen. Das Internet bietet Ihnen unendlich viele Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen und Ihnen ein Produkt anzubieten. Die in diesem Ratgeber enthaltenen Tipps werden bereits von vielen Unternehmern, sowohl in kleinen als auch in großen Unternehmen mit großem Erfolg angewandt. Mein Leben als Unternehmer änderte sich, als ich das Buch »Die 4-Stunden-Woche« von Timothy Ferris zum ersten Mal richtig gelesen habe. Mein Glück war, dass ich schon zum damaligen Zeitpunkt einen Coach hatte, der mich dabei unterstützt hat, die in diesem Buch enthaltenen Strategien auf mich und mein Unternehmen anzuwenden. Ich bin diesem Menschen zu großem Dank verpflichtet und habe mir zum Ziel gesetzt, wiederum selbst für andere Unternehmer ein solcher Mensch zu sein. Aus diesem Grunde ist dieses Buch entstanden. Und ich bin überzeugt davon, dass sich auch Ihr Leben und vor allem der Gewinn in Ihrem Unternehmen enorm positiv verändern werden und das Schreckgespenst neue Kunden gewinnen, endgültig vertrieben wird. Aber Ja, es gibt ein Aber. Und es heißt, aber Sie sollten dieses Marketing-System auch einsetzen und anwenden. Schreiben Sie mir gerne ein paar Zeilen, wenn Sie die ersten Erfolge und Veränderungen feststellen. Egal, ob das in wenigen Wochen oder ein paar Monaten der Fall sein wird. Aber jetzt. Lassen Sie uns loslegen. Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg damit. Die unendlichen Weiten des Internets. Als Unternehmer haben Sie die Möglichkeit, eine große Anzahl von Menschen zu erreichen und kennenzulernen. Anders als im eigenen Ladengeschäft, wo vereinzelt Besucher hereinschauen, können Sie im Internet eine weitaus größere Zahl an Interessenten oder Käufer erreichen. Und Ihr Geschäft ist rund um die Uhr, sieben Tage die Woche geöffnet. Alles geschieht automatisch, während Sie schlafen, während Sie im Urlaub sind. Aber eines muss man dennoch wissen, im Internet ist vieles anonym und das hält Menschen davon ab, sofort zu kaufen. Oder anders gesagt, auch in der Internetwelt müssen wir die Menschen erst besser kennenlernen, bis sie bereit sind, ein Produkt von ihnen zu kaufen. So wie Menschen im realen Leben Produkte nur von Menschen kaufen, die sie kennen, die ihnen sympathisch sind und denen sie vertrauen, so kaufen Menschen auch im Internet. Das Internet hat also vieles verändert und doch nicht alles. Aus diesem Wissen entstehen zwei wichtige Marketing-Informationen. Erstens, Menschen kaufen von Menschen, die sie kennen und denen sie vertrauen. Zweitens, es kann lange dauern, bis Menschen ihnen vertrauen. Ausnahmen gibt es immer aber von den Ausnahmen kann man in der Regel nicht leben. Es funktioniert also nicht, wenn man jemanden kennenlernt, gleich ein Verkaufsangebot zu machen. Sie werden in der Regel eine Ablehnung, ein Nein erhalten. Vielleicht sogar für immer. In einem Geschäft, einem Laden möchte man auch nicht gleich angesprochen werden. Man möchte sich umschauen und wenn man sich für ein Produkt entschieden hat, dazu vielleicht noch Fragen beantwortet bekommen. So ist das im menschlichen Miteinander im Internet auch. Was Sie anstreben sollten, ist ein kontinuierlicher Vertrauensaufbau. Aus einem Interessenten langsam einen Kunden aufbauen. Und das geht nur mit intelligentem E-Mail-Marketing. Mit E-Mail-Marketing werden nach wie vor hohe Umsätze gemacht. Achten Sie darauf, dass der Empfänger Ihrer E-Mail sich in Ihre Liste aus eigenem Antrieb eingetragen hat. Wir wollen alle keine unangeforderten E-Mails bekommen und schon gar keine ungewollte Werbung. Das ist nämlich Spam. Nutzen Sie also eine E-Mail-Software, bei der Sie den Empfang von E-Mails bestätigen müssen, Double-Opt-In-Verfahren. Wenn Sie mehr über intelligentes E-Mail-Marketing erfahren wollen, dann melden Sie sich unbedingt zu unserem kostenlosen Webinar an. Zahlen und Fakten zum E-Mail-Marketing Salesforce, der Anbieter der bekannten CRM-Lösung, hat spannende Fakten zum Thema E-Mail-Marketing zusammengetragen. Punkt 1. 44% der E-Mail-Empfänger tätigten einen Kauf auf Basis einer Werbemail. Punkt 2. 33% der E-Mail-Empfänger öffneten eine Mail lediglich aufgrund der Betreffzeile. Punkt 3. Schätzungsweise wird nur die Hälfte einer Mailing-Liste aktiv sein, entweder durch Öffnen oder Anklicken der E-Mail. Punkt 4. Betreffzeilen mit weniger als 10 Zeichen erhielten eine Öffnungsrate von 58%. Punkt 5. E-Mails mit personalierten Betreffzeilen haben eine um 22% erhöhte Öffnungswahrscheinlichkeit. Punkt 6. Betreffzeilen mit den Begriffen Geld, Ertrag und Profit erzielten bei den Empfängern die beste Performance. Punkt 7. 64% der Menschen sagen, sie würden eine E-Mail aufgrund der Betreffzeile öffnen. Punkt 8. 7 von 10 Personen nutzten einen Coupon oder einen Rabatt, der aus einer Werbemail der letzten Woche stammt. Punkt 9. 39% der Marketeurs haben keine Strategie für Mobile-E-Mails. Punkt 10. 72% der Kunden sind gewillt, nützliche Inhalte per E-Mail zu teilen. Punkt 11. 56% der Unternehmen planen die Nutzung von E-Mail-Marketing im Auszuweiten. Punkt 12. Den größten Rücklauf erhalten E-Mails am Montag. Punkt 13. 27% der Kunden würden ihrem Lieblingsunternehmen empfehlen, mehr in E-Mail-Marketing zu investieren. Punkt 14. Einer von zwei Marketeurs nutzt animierte GIFs in E-Mail-Kampagnen. Punkt 15. In diesem Jahre wird 84% des E-Mail-Verkehrs aus Spam bestehen. Punkt 16. Der Umsatz für E-Mail-Marketing erreichte bereits 2012 die 156-Millionen-US-Dollar-Marke, rund 119 Millionen Euro. Punkt 17. Enthalten E-Mails Social-Media-Buttons, erhalten diese Mails eine um 158% höhere Klickdruckrate. Punkt 18. Frauen klicken in mobilen E-Mails zu 10% häufiger als Männer. Punkt 19. E-Mail-Marketing-Budgets wachsen jährlich um 10%. Punkt 20. 40% der Marketers attestieren Leads aus dem E-Mail-Marketing eine hohe Qualität. Punkt 21. Für jeden in E-Mail-Marketing investierten Euro kommt durchschnittlich der vierfache Ertrag zurück. Punkt 22. 82% der Kunden öffnen E-Mails von Unternehmen. Punkt 23. 64% der Entscheidungsträger lesen ihre E-Mails auf mobilen Endgeräten. Ein potenzieller Kunde ist interessiert an brauchbaren Informationen oder Produkten. Wenn Sie dieses Interesse erfüllen, wird Ihnen E-Mail-Marketing zum Erfolg verhelfen. Es sind nur ein paar wenige Tools nötig, um so einen Verkaufsprozess aufzusetzen. Und vergessen Sie nicht, der Prozess arbeitet dann 365 Tage rund um die Uhr für Sie, sofern er gut aufgesetzt ist. Ende des Buchauszug Ende des Buches